so wir sind hier in almis berghotel in oberberg am brenner ich mag heuer nicht kochen zu weihnachten und da hat man beschlossen eben das bin ich haben beschlossen einfach irgendwo hinzureisen und wir sind jetzt wie gesagt in oberberg am brenner es liegt in 40 minuten entfernung von insbruck also wir haben wirklich nichts allzu lang zu fahren gehabt und das ist jetzt unsere zimmer das ist unsere zweite offenthalte in oberberg am bremer bei almis sie kochen gut vegan und wir freuen uns jetzt auf vegane weihnachten schauen wir mal was sie uns auftischen wir wissen das ja gar nicht wir lassen uns einfach überraschen ich will ja gar nicht wissen ich will mich überraschen lassen so also das zimmer ist wirklich sehr nett neu eingerichtet und wir haben sogar eine terausse jetzt gehen wir mal raus schauen wir uns mal die terrasse an voll nett schau mal es gibt sogar schnee aber es hat heute heute geregnet ein bisschen jetzt regnet zum glück nicht mehr und die marina tut alles ausgeschaften jetzt ist sie gerade bei den nachbarn wir teilen uns die terrasse mit den nachbarn aber das tut nichts hoffentlich sind sie tierliebend hoffentlich lieben sie hunde weil die marina möchte natürlich die leute kennenlernen sie tut gerne beschnüpfeln leute kennenlernen und heute haben wir recht warm wir sind so um die fünf grad so jetzt haben wir mal was wir dafür ausblick haben so wir haben bergblick da liegt noch ein bisschen schnee so also wie gesagt obermberg am brenner in tirol 40 minuten vom innsbruck entfernt das ist ein familienhotel die frau ist im service also die wirtin ist im service und der mann von ihr steht in der küche kocht sie haben auch kinder die kinder arbeiten im familienbetrieb mit das ist wirklich sehr netter familienbetrieb in tirol meine empfehlung almis berghotel in obermberg am brenner jetzt wird es nochmals kurz anblenden so so wird es geschrieben man fühlt sich doch wirklich immer willkommen sehr nette wird es leute und die kochen wirklich sehr gut also meine empfehlung ganz toll hier wir freuen uns jetzt auf die zwei tage bei almis so da wünschen euch freue weihnachten geschütten fest viele geschenke besinnliche zeit alles liebe